Eine Plattform, drei Antriebe. Kia hat mit dem neuen Niro gleich eine Trilogie im Angebot. Sowohl ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid, als auch ein rein elektrisches Modell. Uns interessiert natürlich dieses besonders. Und damit herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Genau so sieht's aus. Liebe Grüße auch aus der Electric Drive-Redaktion vom Schnittplatz. Bei den Verkaufszahlen stand schon bislang der Kia Niro EV, der bis dahin noch e-Niro hieß, ganz weit vorn in der Gunst der Kunden. In den ersten fünf Monaten diesen Jahres machte der Stromer drei Viertel der Niro-Zulassung aus. Mit fast 2400 Einheiten war er zudem der meistverkaufte Kia in Deutschland. Die zweite Generation soll mit einer noch markanteren Formsprache diesen Erfolgsweg weiter ausbauen. Wir konnten den neuen Kia Niro EV schon im Rahmen der diesjährigen EDI 1000 in Aktion erleben. Freut euch da auch nochmal auf ein eigenes Video zu dem Fahrzeug und schaut euch auch gerne unser Hero-Video an. Der Kia Niro EV hat in der zweiten Generation an Größe zugelegt. Mit 4,42 Meter ist er in der Länge um 65 Millimeter, in der Breite um 20 Millimeter auf 1,83 Meter ohne Außenspiegel und in der Höhe um 10 Millimeter auf jetzt 1,57 Meter gewachsen. Der Radstand liegt bei 2,72 Meter. Die Bodenfreiheit beträgt 150 Millimeter. Angetrieben wird der Niro EV künftig ausschließlich von einer 150 kW starken E-Maschine, die ein Drehmoment von 255 Newtonmeter über ein Einstufengetriebe auf die Vorderachse bringt. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kmh erfolgt in 7,8 Sekunden. In der Spitze sind 167 Kilometer pro Stunde möglich. Die kleine Batterie wird nicht mehr angeboten, da sie laut Kia in der Vergangenheit so gut wie gar nicht mehr nachgefragt wurde. Die Energie wird in einer Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit einer Nennkapazität von 64,8 kWh gespeichert. Das soll bei den besten Bedingungen für 463 Kilometer Reichweite sorgen. Serienmäßig wird der Niro EV mit 17 Zoll Alu-Rädern ausgeliefert. Als Option stehen 18 Zoll Räder zur Verfügung. Der EV bringt 1757 Kilogramm auf die Waage und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,22 Tonnen. Gebremst wird der Stromer mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne in der Größe 305 x 25 mm und hinten mit 284 x 10 mm. Das ist zugegeben ungewöhnlich, da viele Marktbegleiter an der Hinterachse die wartungsärmeren Trommelbremsen einsetzen. Auch wenn Elektrofahrzeuge die Vorteile der Rekuperation ausspielen und somit oftmals ohne die klassische Bremsanlage verzögert werden können, muss diese hin und wieder auch mal freigebremst werden. Denn wer rastet, der rostet. Und das kann sich dann spätestens bei der TÜV-Hauptuntersuchung negativ auswirken. Unser Tipp? Einmal im Monat richtig in die Eisen steigen, aber vorher bitte auf den rückwärtigen Verkehr achten. Das Kofferraumvolumen von 475 Liter kann auf bis zu 1.392 Liter erweitert werden. Außerdem gibt es unter der vorderen Haube einen Frunk, der 20 Liter fasst und mit einem zusätzlichen Deckel versehen ist. Als Zugmaschine darf der EV 750 kg an den Haken nehmen. Die zulässigen Dach- und Stützlasten liegen jeweils bei beachtlichten 100 kg. Der neue Niro ist optisch deutlich markanter gezeichnet als der Vorgänger. Besonders auffällig ist die verwinkelte Form des Tagfahrlichts, die sich auch an den hinteren Reflektoren wiederfindet. In der Mitte der Fahrzeugfront mit dem geschlossenen Grill liegt der beleuchtete Ladeanschluss. Das soll die Zugänglichkeit an allen Ladestationen vereinfachen, was sich in der Praxis oftmals bewahrheitet. In der Seitenansicht fällt der Blick vor allem auf die auf Wunsch farblich abgesetzten Aero-C-Säulen. Die sind so gestaltet, dass der Luftstrom durch einen Hohlraum geführt wird, um beste Aerodynamik zu erzielen. Das trägt zu dem Luftwiderstandsbeiwert von 0,286 bei. Quasi als Abschluss der C-Säulen haben die Designer dem Niro mit Bumerang-ähnlichen LED-Rückleuchten einen weiteren Hingucker verpasst. Ein Dachspoiler sowie ein robust gestalteter Unterfahrschutz tragen außerdem zur neuen Optik bei. Im Innenraum gibt es mehr Platz als bisher. Das ist einerseits auf die gewachsenen Abmessungen, auf der anderen Seite auf die schlanker konzipierten und auch bequemen Vordersitze zurückzuführen. Selbst wenn vorne Personen mit einer Körpergröße von 1,85 sitzen, könnten es sich gleich große Mitfahrer hinten noch bequem machen. In die Lehnen der vorderen Sitze haben die Techniker wie schon beim EV6 USB-C-Anschlüsse integriert. An den EV6 erinnert auch die Gestaltung des Armaturenträgers sowie der Bedienelemente. Die beiden nebeneinander liegenden und 10,25 Zoll großen Displays wirken wie eine große Einheit. Vor dem Fahrerplatz ist das volldigitale Kombi-Instrument platziert, an das schließt sich der Touchscreen für das optionale Navigationssystem bzw. das Infotainment-System an. Direkt unter diesem Bildschirm liegt eine Bedienleiste, mit der sich sowohl Infotainment-System als auch Klimaanlage bedienen lassen. Der Starterknopf und der Drehschalter für das Vorwärts- oder Rückwärtsfahren samt P-Stellung sind beim elektrischen Niro wie schon beim EV6 griffgünstig auf der Mittelkonsole angesiedelt. Auch die Sitzheizung sowie die elektronische Feststellbremse werden hier bedient. Direkt davor ist die Ablage, auf der das Smartphone kabellos geladen werden kann. Unter der mittleren Armablage gibt es ein großes Staufach. In den Türen können 1 Liter Flaschen verstaut werden. Naturgemäß ist die Höhe der Ladekante bei einem SUV nicht wirklich niedrig. Das trifft beim Niro EV ebenso zu. Beim Ein- und Ausladen in den 475 Liter fassenden Kofferraum muss zudem eine kleine Stufe überwunden werden. Während die hinteren im Verhältnis 60 zu 40 geteilten Lehnen vorgeklappt, entsteht wie gesagt eine fast ebene Fläche mit einem Gesamtvolumen von 1392 Liter. Doch wie fährt er sich? Wie bei E-Autos üblich sind auch beim Niro EV Antritt und Durchzug schlichtweg bestens. Die Kia-Entwickler haben zudem aber auch das Fahrwerk richtig gut abgestimmt. Eine breite Spreizung zwischen Komfort und einer Portion Sportlichkeit hinbekommen. Und so passiert der kompakte Strom als schlechte Fahrbahnabschnitte souverän, flitzt auf der anderen Seite bei Bedarf sportlich und absolut problemlos um die Ecken. Die erfreulich direkt reagierende Lenkung trägt dazu bei, dass der Niro EV jederzeit in der vorgegebenen Spur bleibt. Stellung von Lenkrad und Fahrersitz lassen sich zudem so aufeinander abstimmen, dass sich auch Personen unterschiedlicher Größe eine bequeme und gleichwohl ergonomisch günstige Position einrichten können. Sämtliche Anzeigen liegen gut im Blick und die Bedienelemente sind leicht zu erreichen. Bei der Lautstärke- und Klimaregelung haben die Kia-Designer auf herkömmliche Drehknöpfe gesetzt. Eine gute Entscheidung, wie wir finden. Wirklich gute Noten verdient sich der Kia Niro EV außerdem beim Verbrauch. Nach der WLTP-Norm stehen 16,2 kWh auf 100 km auf dem Datenblatt. Bei der Fahrt mit dem Niro waren wir zunächst ein recht langes Stück mit Tempo 150 bis 160 auf der Autobahn unterwegs. Anschließend ging es auf kurvenreicher Landstraße überwiegend bergauf. Tempo und Streckenprofil schlug sich auf dem Verbrauch nieder. 29,7 kWh auf 100 km zeigte der Bordcomputer an. Die Rückfahrt zum Startort führte oftmals bergab. Zudem kam der rechte Fuß weitaus weniger ambitioniert zum Einsatz. Der Autobahnabschnitt wurde mit Tempo 110 bis maximal 130 km pro Stunde absolviert. Und nach etwa 70 km und nach etwa 70 km Strecke lag der Durchschnittswert letztlich bei 17,2 kWh auf 100 km. Und das kann sich angesichts des Fahrprofils wirklich sehen lassen und zeigt deutlich, dass der rechte Fuß der eigentlich entscheidende Faktor für den Verbrauch ist. Zu Ladezeiten können wir an dieser Stelle aus der praktischen Erfahrung noch nichts sagen, müssen uns daher auf die Kia-Angaben verlassen. Demnach dauert es an einer 80 kW DC-Ladestation bei optimalen Bedingungen 45 Minuten, um den Energievorrat des Akkus von 10 auf 80 Prozent zu bringen. Ein Drei-Phasen-Onboard-Charger, eine Wärmepumpe und eine Batterievorkonditionierung zählen zur serienmäßigen Ausstattung des Niro EV. Um bei niedrigen Außentemperaturen die Ladezeit zu verkürzen und die Batterieleistung zu sichern, ist laut Kia das Vorheizen oder aber auch das Kühlen des Akkus wichtig. Das System bringt die Batterie automatisch und rechtzeitig auf die optimale Temperatur, wenn eine Ladestation als Navigationsziel ausgewählt wurde. Sprechen wir noch ganz kurz über die Ausstattung. Kia bietet den Niro EV lediglich in der umfangreichen Ausstattungsversion Inspiration an. So sind Klimaautomatik, Sitzheizung vorne, ein beheizbares Lenkrad, das Audiosystem mit Touchscreen und Smartphone-Integration, das volle digitale Kombi-Instrument, das Navigationssystem mit dem 2,25 Zoll großen Display, ein Head-Up-Display, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, die elektrisch verstellbaren Vordersitze mit Bezügen in hochwertiger Ledernachbildung, USB-Ladebuchsen vorne und im Fond, eine elektronische Parkbremse, die Rückfahrkamera, die Parksensoren hinten, der Tempomat, die 17 Zoll Alu-Räder, die Dual-LED-Scheinwerfer, das elektrische Glasschiebedach, die sensorgesteuerte Heckklappe, sowohl die beheizbaren und auch anklappbaren Außenspiegel und natürlich auch die Dachgeling im Preis enthalten. Zudem ist die Vehicle-to-Load-Funktion samt V2L-Adapter, der den Ladeanschluss des Elektro-Crossovers zu einer klassischen Schuko-Steckdose mit 3 kW-Leistung macht, ebenfalls werkseitig verbaut. Doch was kostet der Kia Niro EV? 47.590 Euro samt der siebenjährigen Herstellergarantie, die den Akku mit einschließt. Nach Abzug der Innovationsprämie in Höhe von derzeitig 9.570 Euro bleiben dann aktuell noch 38.020 Euro. Und mir bleibt die Überleitung zu unserem Wolfgang. Liebe Grüße aus der Redaktion, euer Jens. Der Verbrauch hat sich bei 17 kWh in etwa eingependelt. Das Fahrwerk ist gut, der Antrieb sowieso. Also viel zu meckern gibt es nicht. Aber was meint ihr denn zu diesem Auto? Schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns ein Like. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall auch ein Abo. Schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns in die Kommentare, gebt uns in die Kommentare, gebt uns in die Kommentare.